Hi yo, Hanse hier, Sponsored Skateboarder von TX und Lighthouse Wax. In diesem Video haben wir ein paar Shirts geholt von TX Sports, die wir dann auf der Straße in Nürnberg gegen einen Skateboard-Trick eingetauscht haben. Da ist ein paar cool Sachen dabei entstanden. Es waren genau vier Shirts. Ein Shirt wird in dem Video später ausgetragen. Die anderen drei Shirts wurden ausgegeben. Es gab ein Missverständnis zwischen mir und dem Kameramann, worum es auch jetzt hier im Video ist, in Hochformat und nicht in Querformat. Aber ich denke, es ist auch trotzdem okay. Wir hatten Spaß dabei. Frohe Nikolaus noch, beziehungsweise nicht mehr, aber schöne Weihnachten. Und ja, könnt ihr gerne mal einen Daumen und ein Like da lassen, wenn ihr wollt. Und dann, ja, danke fürs Zuschauen, beziehungsweise fürs Reinschauen und viel Spaß mit dem Video. Ganz kurz, wenn das Video ein bisschen verwackelt wird, wenn das Video ein bisschen verwackelt ist, es war echt kalt und der Typ hat echt gefroren. Instagram-Account von meinem Kameramann, Philipp. Also von der, wo die Kamera diesmal gehalten hat. Ich habe keinen festen Kameramann. Er ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal anschauen, für ein paar cooles Skate-Sachen. Yeah. Hey, sorry. Kein. Sorry, habt ihr Bock, die Kaffee gewonnen? Shirt. Shirt und Schuhe. Was für Shirt und Schuhe? TX Sports und Vans. Okay, was muss man machen? Trick auf dem Board. Ich kann nicht, man haut es mich so auf die Finger zu sehen. Ist das okay? Ich kann es gar nicht. Nee, nee, es reicht doch, wenn du draufstehst und gerade sowas gemacht. Ja, okay, es reicht. Ja, das reicht. Wir filmen es halt. Wir filmen es halt. Wir filmen es halt. Und wo steht ihr das rein? Ich komme dann auch auf YouTube, weil ich heute Niklas ist und ich im guten Tag habe, da habe ich ein paar Shirts und Fissen. Ach ja, und auf YouPorn kommt es. Ja, das ist sowieso. Zeig mal den Schiff. Weil du willst mit dir die Schuhe. Was hast du für eine Größe? 41. Ja, scheiße, wird sie groß. Das sind 43. Machst du? Bist du dabei? Machst du auch? Komm schon. Free Shirt. Machst du, machst du, ja, ich halb dir schon dabei. Du wirst schon. Hinfallen zählt auch. Du wirst, du wirst auch ein Mr. Wilson. Na, ist wirklich so. Mach ich da mal ein Gewinnspiel mit, sozusagen? Ja. Ja, manchmal weiß. Im Endeffekt ist es eine 100%ige Gewinschau. Ja. Du kriegst es quasi sofort, wenn du es gemacht hast. Ja, das ist entspannt auf jeden Fall. Und da du, du kannst auch sagen, kannst du einfach draufstellen und sagen, du hast ein Riff, ich habe gemacht und ich glaube es dir. Ja, also Tricks, wie gesagt, kann ich nicht. Also ich mache mal diesen Trick da, den Hupen macht das. Also so schwerer aber, wenn ich so drüber gehe. Ja, aber das reicht echt. Oh shit. Ja, los, Mann. Ich habe alles drauf. Okay, noch einen, okay, okay, noch einen. Doppel auf den nächsten, du bekommst den Papest dazu, okay? Okay. Du würdest den Papest dazu bekommen, wenn du jetzt noch viel machst. Da habe ich sicher schon gemacht, dann würde ich das dann erst machen. Dann bekommst du den Papest noch dazu, okay? No, okay, jetzt muss ich wie. Warte, danke. Warte. Ich habe gerade noch was mit dem Leben. Warte. Einfach Schultern drehen. Ja, ich würde sagen, es zählt. Zählt, oder? Helps. Was hast du für eine Größe? M oder L. Was ist das? Ich schreibe ihm einmal alles. S. S. Was ist das? Aber er ist krass geschickt. Das ist XL. L, okay. Könnte knapp werden. Das ist? Das ist M. M, oder? Hast du die M? Ja. Stabil, also. Könnt ihr mal anprobieren. Was ist das S? XL. Warte, das ist das M, oder nicht? Ne, das S. Achso. Hast du ein bisschen, oder hast du das M gegeben? Hast du mir schon gesehen. Achso, da hast du das M gegeben. Sag das mir doch. Und weil ich gut drauf bin, bekommst du noch mal vom Schlüsselband. Willst du? Oh. Ja, das ist ein Schlüsselband. Das ist ein Rucks. Nächste Reaktion, Jungs. Easy, easy. Hast du das einfach alles verkauft, oder was? Ja. Ja, weil ich bin so ein Sponsorat und da teile ich mich gar nicht dafür und ich finde, man soll das Geld ein bisschen pushen und da pushen wir das dann. Echt? Auf jeden Fall, korrekte Reaktion. Wie heißt denn euer Kanal? Ne, ihr ist Hansi. Kannst du gar auf Instagram freuen. Mach ich auf jeden Fall. Hier noch ein paar Aufkleber. Ich glaube, das sind die Aufkleber und ich fess, ich weiß es nicht. Ne, die Pelzer habe ich schon. Heiko, ich bin fast blind, also beziehungsweise jetzt bin ich blind, weil es so zu dunkel ist. Ich bin fast blind, aber das kommt quasi auch noch auf YouTube, wie viel ich sehe, warum ich sehe. Kommt auch noch eine Premiere, jetzt hätten wir halt ein bisschen mehr zu filmen. Okay, also schaue ich mir auf jeden Fall an, ob es eine rechte Aktion macht. Und vor allem, es ist die S***. Komm, sag mal, die Scheibe auch. Ist egal, wir sind drauf. Oh, das ist ein Shirtwert, hätte ich gesagt. Deswegen ein Shirt. Pass auf, pass auf, ich muss mich noch richtig drauf stärken, weil jetzt muss man noch den Gleifbote hinterführen, okay? Wir müssen noch richtig drauf stärken. Welche? Stell dir einfach mal drei Beine raus, okay? Bisschen drei Beine. Das ist doch scherz, ey. Und jetzt noch mit den Füßen zurück. Ja, so. Ja. Jawoll. So. Ja. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen größer in den Knie. Ja. Und jetzt ein Kickflip. Das ist geil. Ja, okay. Das ist ein Palschwert, okay? Okay. Also noch runter. Ja. Ja, für dich. Ist aber alles on camera, okay? Das musst du mir nicht mir sagen. Achso. Kein Plan. Es verwirrt mich gerade ein bisschen. Was verwirrt dich? Fangen wir nochmal von Anfang an an. Okay. Hi. Wollt ihr mit Schuld gewinnen? Gerne. Okay. Also, ihr müsst nur eins anziehen. Entschuldigung, ihr müsst irgendeinen anderen Trick machen. Okay, das reicht euch schon. Okay. Ich mache ihn mit Tüte und Zeichberg. Okay? Und ihr müsst eigentlich nur das Barschlein machen. Ja. Ich kann schon hinbekommen. Also wenn ich so hinbekommen. Bis lang. Bis lang. Okay? Ja. Du musst nur umklassen. Aber das ist dann alles... Du darfst so ein camera roll, okay? Du musst dann auch... Ja. 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 XL passt immer. Was ist das? Was ist das für ein Shirt? Bestimmt, XL ist das, wenn du brauchst. Das ist XL. Ja, das ist XL. Was ist das? Das ist S. Oder es ist. Es ist sogar S. Vielleicht hast du nachts. Hier, try mal. Und du bekommst noch Caves und noch ein paar Aufkleber und du bekommst noch ein Dritter anhängen. Danke. Ja, ich finde, man muss nur eine Waffe lang richtig gut machen. Ja, ich gebe auch eine Aufkleber. Warte, du bekommst noch den. Bist du mir im Endeffekt nur so kleine Essenschen? Ja. Ein paar Aufkleber. Ja, ich weiß nicht. 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 Alles gut. Moshi, du sollst ja eigentlich reden. Das war schon mal geil. Also fangen wir wieder das Geil an, okay? Okay? Ja, ich will es lernen. Aber ich weiß nicht unbedingt schon. Ja, kommt einfach. Germanisches Museum. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, Alter. Hauptsache du ist jetzt halt los. Okay. Einfach nur, damit ich mit dem Shirt auf werde. Was? Einfach nur, damit ich mit dem Shirt auf werde. Ja. Und dann, wenn ich neue Shirt dazugekommen. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Das war gestanden. Ja, ja. Ach komm. Ja, ja. Nochmal. Komm, wir. Ich muss erst zippen haben, damit es nicht ist, oder was? Ja, klar. Ja, komm. Ein Triner, okay? Was? Ein, ein Triner. Ja, das muss ich schon stehen. Springen mit beiden Füßen gleichzeitig. Echt ausgefasst? Echt ausgefasst? Echt ausgefasst? Ich warte. Wir müssen drei Beine auf den Shirt sasten auf. Das könnte ein sehr langer Abend werden. Komm schon jetzt. Geil. Yes! Komm mal, XL oder? XL safe. Das ist egal, oder? Ist das XL? Ich glaube schon, oder? Das ist L. L passt noch besser, oder? L passt noch besser. L passt noch besser. L runter krieg's noch. Die Garten ist stark, Alter. Ja, Mann, geil. Boah, ich hoffe, ich halte mir dann auch eins für dich, Mann. Ich will echt longpapes davon, Alter. Alles andere ist egal. Ich weiß nicht, was ich glaube, ey. Scheiße, das ist auch ein Video. Ich hab' noch mal kurz die Schuhe raus. Irgendwann hab ich noch mal longpapes, Alter. Nein! Musst du da nicht lustig loswerden? Ja. Dann musst du da nicht lustig loswerden. Ja. Dann musst du da nicht lustig loswerden. Scheiße, ich hab' kein longpapes mehr. Die hol' ich dann noch. Ach egal. Ich hab' immer noch longpapes jetzt. Ist doch egal, Alter. Fass schon. Warte, lass mich da drauf fallen. Lass drauf, halt drauf, halt drauf, halt drauf! Es ist echt nicht seriös wirken, dass ihr schon so viele Leute habt auf Video, dass ihr sie so gebockt habt, dass ihr keine Pässe habt. Das ist echt geil. Schon geil, ja. Aber hier kriegst du die Schlüsselanmengel. Aber wo ist denn die restlichen Longpapes? Ich dachte, er hat mir 16 Longpapes gegeben. Hab' ich die alle schon vertailt oder was? 2, 3 oder so. Achso, scheiße. Fuck. Haha.